Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zur Zweitliga-Prognose des 16. Spieltags. Die Hinrunde findet fast schon ihr Ende. Wir haben noch zwei Spieltage bis zur langen Winterpause und jetzt steht die englische Woche an mit folgenden neun Partien. Am Dienstagabend empfängt der FC St. Pauli Holstein Kiel. St. Pauli steckt mitten in einem Abstiegskampf durch die Pleite gegen Düsseldorf, abgerutscht auf Platz 16. Bei Kiel sieht es dahingehend ganz anders aus. Die sind Achter, gerade mal vier Punkte weg von Platz 3. Ähnliche Konstellationen haben wir auch bei Paderborn gegen Bielefeld. Ein Team, was oben mitspielt, ein Team, was unten drin steckt. In dem Falle Paderborn, Tabellenvierter. Damit zum ersten Mal seit langem raus aus den Top-3 durch das Spiel gegen Heidenheim. Diese 0-3-Pleite, das war ein gebrauchter Tag. Und Arminia Bielefeld hat ein wildes Spiel gegen Kaiserslautern mit 2 zu 3 verloren und ist damit immer noch 18. Apropos Kaiserslautern, die haben ein kleines Derby oder vielleicht sogar ein großes Derby gegen den Karlsruher SC und sind natürlich jetzt gut drauf nach dem Sieg auf der Alm. Karlsruhe hingegen hat er gegen Holstein Kiel 1 zu 4 verloren. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Hannover gegen Fortuna Düsseldorf. Beides sind Mannschaften, die relativ nah beieinander sind. Das ist der Sechste gegen den Fünften. Zwei Punkte nur Differenz. Und natürlich wollen beide aufsteigen, wollen beide oben mitspielen und sind ja auch gar nicht weit weg von Platz 3. Nicht weit weg von Platz 3 ist auch der Hamburger SV, wobei man natürlich gut dasteht. Als Tabellenzweiter auch erstmal vier Punkte vor Platz 3. Das ist schon erstmal ein ganz gutes Polster, bedingt auch durch den Sieg gegen Regensburg. Jetzt geht es gegen Greuther Fürth, die unter dem neuen Trainer Alexander Zorninger beide Spiele gewinnen konnten und deswegen sich zumindest mal auf Platz 14 vorschieben konnten. Sandhausen empfängt den 1. FC Heidenheim. Zwei Mannschaften, die letztes Wochenende gewinnen konnten. Sandhausen in Rostock. Heidenheim gegen Paderborn. Der FCH ist nun Tabellendritter. Rostock gegen Nürnberg. Ein meiner Meinung nach unglaublich interessantes Duell. Die Rostocker haben mit Glöckner einen neuen Trainer. Jens Hertel ist Geschichte. Auch bei Nürnberg gab es schon einen Trainerwechsel, der bislang rein punktemäßig zumindest noch nicht den Erfolg gebracht hat. Man ist Tabellen 17. Mit Regensburg gegen Braunschweig haben wir ein Duell des Tabellen 9. gegen den Tabellen 11. Gerade mal ein Punkt liegt dazwischen. Rein tabellarisch stehen beide Mannschaften gut da. Rein punktemäßig ist man aber nicht weit weg vom Abstiegskampf. Und im Abstiegskampf steckt natürlich auch Magdeburg. Auch die haben wie Braunschweig 17 Punkte. Und dann empfangen nun die Lilien aus Darmstadt. Der ist vor Darmstadt 98, grüßt weiterhin von der Tabellenspitze. Mit 32 Punkten nach 15 Spielen. Letztes Wochenendeher der 1-0-Sieg gegen Hannover. Also, wir haben wieder neun spannende Spiele. Und jetzt gibt es meine neuen Tipps. Und wir legen natürlich chronologisch los am Dienstagabend mit dem FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. St. Pauli spielt ja ein bisschen eine Saison hinter den Erwartungen. Natürlich war, glaube ich, jedem klar, dass es deutlich schwieriger wird als noch in der Vorsaison. Aber dass man jetzt nach 15 Spieltagen 15 Punkte hat und auf Platz 16 steht, das ist natürlich schon enorm wenig. Auch das hat wieder das Spiel am Wochenende gezeigt. Man hat ja 0-1 verloren in Düsseldorf. Natürlich kann man da mal verlieren. Aber man kommt einfach nicht voran. Jetzt geht es gegen Holstein Kiel. Eine Mannschaft, die bislang eine wirklich gute Saison meiner Meinung nach spielt. Da fehlt so ein bisschen die letzte Konstanz in Leistungen. Aber Platz 8, 23 Punkte, 4 Punkte nach Platz 3 ist auf jeden Fall ganz gut. Da kann man drauf aufbauen. Erst recht nach dem 4-1-Erfolg gegen den Karlsruher SC. Ich glaube, St. Pauli ist eine Mannschaft, die diese lange Winterpause sehr, sehr gut tun wird. Bis dahin wird es aber schwierig. Auch gegen Kiel gibt es nämlich eine Pleite. 3 zu 2 gewinnen die Störche hier am Ende. Paderborn gegen Bielefeld ist ja ein Duell am Dienstag. Ja, in nächster Nähe rein geografisch gesehen, rein tabellarisch gesehen, ist die Nähe aber nicht wirklich da. Ja, Paderborn spielt bis hierhin eine richtig starke Saison. Klar, die letzten 2-3 Spiele hat man Punkte liegen lassen. Eben unter anderem jetzt gegen Heidenheim mit dem 3 zu 0. Mit der Pleite davor ja gegen den HSV verloren. Und deswegen erstmal raus aus den Top 3. Aber immer noch Vierter, nur ein Punkt hinter Platz 3. Das ist weiterhin richtig stark. Aber natürlich würde es nicht schaden, jetzt mal wieder einen Sieg zu holen. Ein Sieg würde natürlich auch gerne Arminia Bielefeld holen und dort wäre es erst recht wichtiger. Denn sobald du diesen Punkt erreicht hast, wo du mit einem Sieg und bei Pleiten der Konkurrenz dich nicht als 18. verbesserst, dann weißt du, es wird langsam wirklich kritisch. Und genau dieser Fall ist halt jetzt oder auch weiterhin, weil man einfach 4 Punkte hinter Platz 17 und Platz 16 ist. Und das ist natürlich schon alles andere als gut. Im Topspiel der Woche am vergangenen Spieltag hat man ja gegen Kaiserslautern auch ein bisschen Pech gehabt mit dem Platzverweis. Man hat dann gut reagiert, aber trotzdem dann 3 zu 2 verloren. Es war auch so ein bisschen ein Sinnbild der Bielefeld-Saison. Jetzt fährt man nach Paderborn. Auch die müssen sich vielleicht ein bisschen sammeln nach den zwei Pleiten zuletzt. Und vielleicht hat man dann dort eine Chance, einen Punkt mit ganz viel Glück zu holen. Und das tippe ich einfach mal, weil diese zweite Bundesliga so dicht beieinander ist. 2 zu 2 am Ende. Über Kaiserslautern haben wir ja gerade schon gesprochen. Über den Karlsruher SC auch. Und jetzt haben wir eben das im direkten Duell. Der FCK ist aktuell Tabellen-Siebter mit 23 Punkten. Auch nur 4 Punkte weg. Ebenso wie Holstein Kiel von Heidenheim auf Platz 3. Und das sagt ja schon sehr, sehr viel aus über diese aktuelle Spielzeit. Der Sieg auf der Alm gegen Bielefeld tat da auch unglaublich gut. Karlsruhe ist dann jetzt doch eher im Abstiegskampf als im Aufstiegskampf. Ich habe ja vor dem Spiel gegen Kiel über den KSC gesagt, dass es einfach dort in alle Richtungen gehen kann. Jetzt ist die Richtung erstmal nach unten. Der Mann ist halt nur 2 Punkte weg von Platz 17. Und das ist eine gefährliche Situation. Und diese wird auch nicht wirklich einfacher. Denn Kaiserslautern macht es am Ende und gewinnt mit 2 zu 0. Hannover gegen Düsseldorf. Da haben wir dann wirklich wieder zwei Mannschaften mit Aufstiegschancen. Und zwei Mannschaften, die bis hierhin, glaube ich, schon mit ihrer Saison auch zufrieden sein können. Hannover hat zwar jetzt gegen Darmstadt verloren mit 0 zu 1. Ja, das war auch sicherlich nicht der beste Auftritt, aber auch das kann passieren. Jetzt gilt es halt wieder, Punkte zu holen gegen Gegner, wo du halt erst recht was holen musst. Wenn du vielleicht am Ende diesen dritten Platz auch gerne haben wollen würdest. Und der ist ja gerade mal drei Punkte weg. Düsseldorf hat sogar ja nur ein Punkt Differenz auf den dritten Tabellenplatz. Auch bedingt eben durch den 1 zu 0 Erfolg gegen St. Pauli. Man spielt vielleicht aktuell nicht den furiosen Fußball, aber wenn man die Spiele gewinnt, dann auch einfach souverän und knapp. Aber trotzdem holt man eben drei Punkte. Und genau das war ja gegen die Hamburger auch der Fall. Hier sehe ich zwei Mannschaften, die rein nach Tagesform richtig guten Fußball spielen können. Und auch nahezu gegen Gegner schlagen können. Und jetzt immer aufeinandertreffen in einer Phase, wo beide natürlich auch gucken, in welche Richtung es dann für die Rückrunde gehen kann. Das ist für mich ein typisches enges Duell. Unentschieden am Ende. 1 zu 1. Greuter führt gegen den Hamburger SV. Ein Spiel, welches wahrscheinlich vor zwei, drei Wochen noch locker hätte von allen an Hamburg getippt werden sollen und können. Jetzt ist es meiner Meinung nach schon ein bisschen enger geworden. Klar, der HSV hat jetzt gegen Regensburg 3 zu 1 gewonnen. Davor die Woche gab es den wichtigen Sieg gegen Paderborn. Man ist Zweiter, man hat diesen Platz erstmal gefestigt und vier Punkte Vorsprung auf Platz 3. Sprich, das ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangslage. Mit Greuter führt kommt natürlich jetzt eine Mannschaft, die, wenn man jetzt auf die Tabelle drauf schaut, natürlich eine pure Enttäuschung ist als Bundesliga-Absteiger. Aber seit dem Trainerwechsel gab es zwei Spiele unter Alexander Zorniger und es gab zwei Siege. Und das ist eben das, was zählt. Und dadurch konnte man sich eben jetzt auf Platz 14 vorarbeiten. Ich bin unglaublich gespannt, wie jetzt die Idee von Zorniger gegen Hamburg aufgehen wird. Ich glaube, die Kleeblätter schaffen es schon, Hamburg das Leben schwer zu machen. Aber am Ende setzt sich dann meiner Meinung nach doch die individuelle Qualität knapp durch. Und zwar mit einem 2 zu 1 Sieg von Hamburg. Sandhausen gegen Heidenheim ist ebenso wie Fürth gegen Hamburg das nächste Duell am Mittwoch. Und wie vorhin schon kurz angerissen, haben wir hier zwei Gewinner des vergangenen Spieltages. Sandhausen hat bei Hansa Rostock gespielt mit 1 zu 0 gewinnen können. Wenn du nicht absteigen willst, musst du genau so ein Duell auch für dich entscheiden. Das hat der SVS geschafft. Dadurch ist man jetzt erstmal Tabellen 15. Aber halt auch mittendrin im Abstiegskampf. Mittendrin im Abstiegskampf ist der 1. FC Heidenheim. Durch den tollen 3 zu 0 Heimavolk gegen Paderborn ist man jetzt Tabellen Dritter. Und hat die Chance, diesen Platz über Weihnachten auch dann wirklich zu haben. Wenn man ihn eben es schafft zu verteidigen. Man fährt nach Sandhausen als Favorit und diese Rolle werden sie auch gerecht. 1 zu 0 heißt es am Ende für den FCH. Rostock gegen Nürnberg. Wie von mir schon angerissen. Meiner Meinung nach ein unglaublich interessantes Duell aufgrund der Ausgangslagen. Bei Rostock ist ja Jens Hertel Geschichte. Ein Trainer, der fast vier Jahre da war. Der den Verein nach jahrelangen Liga 3 zurück in die zweite Bundesliga geführt hat. Letztes Jahr hat man souverän die Klasse gehalten. Und nun ist die ganze Geschichte vorbei. Neuer Trainer ist Glöckner. Den man bislang nur von Waldhof Mannheim aus Liga 3 kannte. War auch zuvor schon als Trainer aktiv. Aber eben bislang noch ohne Zweitliga-Erfahrung. Da bin ich sehr gespannt. Auf der anderen Seite bei Nürnberg gibt es ja auch seit ein paar Wochen einen neuen Trainer mit Markus Weinziel. Auch der hat nicht die meiste Zweitliga-Erfahrung. Dafür deutlich mehr Bundesliga-Erfahrung. Trotzdem läuft es beim Klub auch nicht so wirklich. Gegen Magdeburg gab es eine 1-2-Pleite. Man rutscht ab auf Platz 17 mit 15 Punkten nach 15 Spielen. Und das ist natürlich alles andere als gut. Klar, rein punktemäßig könnte Nürnberg mit einem Sieg rein in der Theorie Neunter sein nach diesem Spieltag. Dann würden natürlich alle sagen, wunderbar, alles gut. Es ist halt einfach so, dass wir zwischen Platz 9 und Platz 17, wo Nürnberg steht, nur 3 Punkte haben. Trotzdem kommt man nicht drum herum zu sagen, das was Nürnberg bislang zeigt, ist deutlich zu wenig. Ich bin sehr gespannt, wie wir jetzt Rostock sehen werden. Man darf nicht vergessen. Dessen Glöckner wurde am Montag vorgestellt. Mittwoch ist Spieltag gegen Nürnberg. Das ist natürlich schon sehr, sehr wenig Zeit. Trotzdem wird es da einen kleinen Effekt geben. Auch wenn er nur minimal ausfällt, was Siegchancen angeht. Denn am Ende gibt es einen Unentschieden. 1 zu 1. Regensburg empfängt Braunschweig. Und da haben wir zwei Mannschaften, die aktuell im Tabellmittelfeld stehen. Rein von der Tabelle her. Regensburg ist 9. Braunschweig ist 10. Ein Punkt Differenz trennen die beiden Teams. Aber es sind eben auch Mannschaften, die nur 3 respektive 2 Punkte weg sind vom Platz 17. Und deswegen haben wir hier natürlich auch ein Spiel, welches für mich sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist. Regensburg hat am Wochenende gegen Hamburg verloren mit 1 zu 3. Gut, gegen den HSV kann man halt verlieren. Braunschweig wiederum hat gegen Fürth verloren mit 0 zu 1. War natürlich bitter und enttäuschend nach den letzten Wochen, wo man echt fleißig Punkte sammeln konnte. Aber am Ende stand man hier mit 0 Punkten da. Und das ist für mich ein Spiel, wo wirklich alles passieren kann. Hier kann jeder gewinnen. Hier kann es einen Unentschieden geben. Hier kann es viele Tore geben. Hier kann es wenig Tore geben. Ich gehe spontan mit einem Auswärtssieg der Braunschweiger 1 zu 0. Und dann aber zu guter Letzt auch noch ein Spiel am Donnerstagabend. Und zwar Magdeburg gegen Darmstadt. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Die Magdeburger haben am Sonntag einen unglaublich wichtigen Sieg gefeiert gegen Nürnberg. Mit dem 2 zu 1 konnte man sich zumindest mal ein bisschen Luft verschaffen im Abstiegskampf. Und man hat auch nochmal gezeigt, man ist konkurrenzfähig. Das kann auf jeden Fall mit ein bisschen Glück diese Saison funktionieren. Darmstadt hingegen grüßt weiterhin von Tabellen Platz 1. Es gab den Sieg gegen Hannover. Man hat jetzt schon 6 Punkte Vorsprung auf Platz 4. Und das ist natürlich eine richtig gute Ausbeute. Ich persönlich freue mich sehr auf das Spiel. Ich glaube, das wird vor allen Dingen auch fußballerisch ein sehr, sehr gutes Match. Und wir werden auch ein paar Tore sehen, am dessen Ende Darmstadt eins mehr macht als der Gegner als Magdeburg. Denn die Lilien gewinnen mit 2 zu 1. Und somit sind das meine neuen Tipps für diesen 16. Spieltag in der 2. Bundesliga. Und genau so würde dann auch die Tabelle aussehen. Von Platz 1 bis Platz 5 bliebe alles erstmal beim Alten. Aber was natürlich hier schon auffällt, wir hätten von Platz 4 bis Platz 8 gerade mal 2 Punkte Differenz. Also die Verfolger sind schon sehr, sehr nah beieinander. Braunschweig würde dann zumindest mal 2 Punkte vor den anderen sein. Rostock und Regensbaghetten 18 Punkte. Karlsruhe, Magdeburg 17. Fürth, Sandhausen und Nürnberg 16. St. Pauli 15. Bielefeld würde ja bei mir immerhin mal einen Punkt holen. Blieb aber trotzdem natürlich hinten dran mit gerade mal 12 Punkten. Und das bliebe genauso spannend, wie es jetzt einfach schon ist. Eure Meinung zu meiner Prognose und eure Tipps könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.